Das Leben soll mit dem Tod beginnen und nicht umgekehrt. Stellt euch das mal vor. Du liegst six feet under. Es ist dunkel und muffig. Und dann gräbst du dich dem Licht entgegen. Dort angekommen gehst du ins Alter sein. Es geht dir von Monat zu Monat besser. Bis du schließlich dort rausfliegst, weil du zu jung bist. Danach spiegst du ein paar Jahre Golf bei fetter Rente. Kriegst eine goldene Armbanduhr vom Arbeitgeber. Und fängst ganz langsam an zu arbeiten. Wenn du damit durch bist, wird es Zeit für die Uni. Du hast inzwischen genug Geld, um das Studentenleben in Saus und Baus zu genießen. Nimmst Drogen, hast nichts als Frauen im Kopf und sollst dir ständig die Hucke folgen. Wenn du dann so richtig stumpf geworden bist, wird es Zeit für die Schule. Die natürlich mit einer einwöchigen Klassenfahrt ins benachbarte Ausland beginnt. In der Schule wirst du von Jahr zu Jahr blöder. Bis du schließlich dort rausfliegst. Natürlich mit einer riesengroßen Tüte voller Süßigkeiten. Danach spielst du ein paar Jahre im Sandkasten. Anschließend dümpelst du neun Monate in einer Gebärmutter rum. Und beendest dein Leben als Orgasmus. Das wär's doch, oder? Vielen Dank. Vielen Dank.